Die Hyperthermie ist ganz einfach. Wir haben eine Vorbereitungsphase für den Patienten, wir haben eine einstündige Therapie, wo der Patient eine Stunde lang in dieser Temperaturregion behandelt wird, schwitzt und dann eine Abkühlungstherapie. Jede Therapiesitzung ist gleich, ein- bis dreimal pro Woche. Der Januar 2007 war für uns ein Freude-Monat. Wir haben vom Bundesamt für Gesundheit bescheiden bekommen, dass neun Indikationen für die Hyperthermie für onkologische Patienten vergütet werden, neu in der obligatorischen Krankenversicherung und das immer in Kombination mit der Bestrahlung. Seit dieser Anerkennung des BAG haben wir viele positive Neuigkeiten. Wir haben etwa viermal mehr Patienten, die am Tumorbrot beurteilt werden. Wir haben in der Schweiz ein sehr gutes Netzwerk, mit unterdessen zehn Spitälern, die wir mitziehen. Und international sind wir führend für eine klinische Studie, die wir auf die Beine stellen wollen und sind auch politisch sehr gefragt im Moment.